ja leute da unten leuchtet das z ja leute ich denke mal schnell zu wird gleich kommen aber gleich kommt auch der talent leute dann vielleicht kommt vielleicht kommt der talent auf gläs 3 eigentlich eigentlich wäre das ja so der talent halt der der kommt ja von hier aber das geht ja eigentlich gar nicht weil wenn der jetzt hier durchfährt wird ein talent rein das geht ja nicht oder der talent muss in der den liebsten warten auf den kommt der talent vielleicht zu spät wegen einzug kommt dann der andere auch zu spät na ja wir werden sehen was gleich kommt ja leute die ansage kam jetzt ja bis gleich